Schau, was es im Schafenster gibt. Schau, wie geil die Schlange ausschaut. Es ist so wie Fisch oder Huhn, eine Mischung. Einfach einmal essen. Wenn die Gräsen nicht, dann wird es nicht so schön. Leute, es wird Zeit. Das erste Mal Cho Tofu. Cho Tofu. Es ist Pflicht, wenn du nach Taiwan kommst. Du kannst es mal auspacken. Du musst es mit Soße essen. Kleines Stück. Ja, du isst einfach ein ganzes. Einfach ein ganzes. Drei, zwei, eins, los. Ist es ganz schnell? Ist es schnell? Es rückt so grausig. Nein. Es kann nicht sein. Nein. Okay, warte. Ich probiere auch eins. Ja, bist du so grausig. Dankeschön. Ich werde das alles heute noch aufessen. What's up, guys? Hallo, ich bin Adrian. Und heute ist es der zweite Tag in Taiwan. Was machen wir heute? Was machen wir noch mal? IP101. Ja. Ja. Es ist warm. Ah, endlich mal Sonne. Schau. Sehr schönes Wetter heute. Die天 ist sehr gut. Oder? Sehr warm. Du kannst sagen, sehr warm. Sehr warm. Ja, genau. Was ist das? Es ist sehr warm. Nein. Wir sind jetzt in 7-Eleven. Wir sind jetzt in 7-Eleven. Wir sind jetzt in 7-Eleven. Weil er sagt, dass er noch nicht in 7-Eleven war. Warte, warst du jemals schon mal in einem 7-Eleven drinnen? Nein. Aha, voll neu. Okay. Ich wei dich kurz ein. Ich find das da voll nice. Das ist auch lecker. Das ist lecker. Das ist auch lecker. Es sind alle lecker außer das da. Du könntest hier noch was nehmen. Willst du eine Süßkartoffel? Ich hilf dir. Okay, wir nehmen eine kleine. Weißt du, wie man das aufmacht? Was glaubst du? Ja, ein. Ich hab's zwei Monate falsch aufgemacht. Oh. Oh. Oh, du hast es mein erstes Mal geschafft. Ich hab das noch nie geschafft in meinem Leben. Ich reiß immer aus Versehen so ab. Ich reiß einfach einmal ab. Und, was sagst du? Das darf ich auch mal kosten. Sie sind wirklich gut. Sehr cool. Das schmeckt aber anders. Irgendwie so wie bei uns. Ja, die ist gedämpft. Bist du erstaunt? Ja. Gute Frage. Ich glaub, das hat mich noch nie jemand gefragt. Ich weiß nicht. Man kann es sein. Chiamien, Leoyen. Pau. 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 Pai Dui. Wieder. Nice. Das fühlt sich schon schnell an, gell? Ich hab meine Ohren verschlagen. Schon nice. Okay. Jetzt sind wir da. Willst du rausschauen? Na, es ist ein bisschen bewölkt. Pau. 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 Schau, wie geil die Schlange ausschaut. Du bist ja nicht die Schlange. Du bist eine andere. Du bist nicht die, du bist eine andere. Du bist nicht die, du bist eine andere. Hast du Angst? Ja. Blut. Trink. Du bist eine andere. Die erste. Mehr, 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 mehr. Lensan, Jinsan. Sergio. Schlangen, Alkohol. Wie ist das? Du bist. Du bist nicht. Der Kotzei ist gleich für eine Takisa. Wie ist die Stork? Fertig? Was? Was? Es ist so wie Fisch oder Huhn. Eine Mischung. Einfach einmal essen. Wenn die gräsen nicht, dann wäre das nicht so schlimm. Wir haben alles gegessen. Was sagst du? Nicht so schlimm, aber jetzt auch nicht so geil. Willst du es noch mal essen? Sehr gut gemacht. Ich bin sehr stolz. Jetzt chillen. Endlich mal gutes Essen. Ja, ich auch. Lange macht hungrig. Okay, das ist um einiges größer, als das, wo wir gestern waren. Seht man ja. Und wir werden jetzt einfach extrem viele Sachen essen. Schon ein paar Leute hier heute. Was ist das Snack? Ja, warum? Soße ist geil. Mhm. Snackstopp ist... ... ist... Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie das genau heißt. Gut. Heiß. Takoyaki. Heiß. 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 Hast du schon mal Takoyaki gegessen? Lecker. Heiß ist geil. Es ist wieder so außen knusprig, innen weich. Das ist besser als das. Ja. Ist gar nicht so süß wie immer. Ja. Erdbein mit Zucker. Leute, es wird Zeit. Das erste Mal Cho Do Fu. Aha. Stimmt. Cho Do Fu. Es ist Pflicht, wenn du nach Taiwan kommst. Das stinkt so. Du kannst es mal auspacken. Du musst es mit Soße essen. Keine Stück. Ja, du isst einfach ein ganzes. Doch. Einfach ein ganzes. Drei. Drei. Man ist zu groß. Ist das ganz schnell? Schnell, schnell, schnell. Du musst. Du musst. Ist das schnell? Ist das schnell? Nein. Schmeckt so grausig. Nein. Das kann nicht sein. Nein. Okay, warte. Ich gucke auch eins. Jetzt bist du so grausig. Dann haben wir noch ein bisschen lecker. Und dann auf einmal ist es der eklige Gerüse in meinen Nasen. Boah. Das ist nicht so grausig. Nein. Dankeschön. Ich werde das alles heute noch aufessen. Das ist nicht so grausig. Das ist nicht so grausig. Ich werde das alle heute noch auf jeden Fall zum Frühling. Das ist eine gute Sache.